Morgenabend ab 18 Uhr 25. Fussball aus der italienischen Serie anzusehen, Napoli gegen Fiorin. Njaki, Freit, Frenkli. Njaki, Freit, Frenkli. Njaki, Freit, Frenkli. In Richtung Karanovic. In Lausanne, si. Aber mai senza più alcun vuole da giocare. Das Tor in Zürich, aber für den Gast, Alain Wies, hat ausgeklicken mit dem Treffer für den FC Luzern in der 52. Einen starken linken Fuss. Spiecher auf den 5-Meter-Raum gezirkelt. Aber hat Arthur Ionita aufgepasst. Einzufahren. Oder kommt es gar noch, Dicke? Lüscher. Nullwittis, offside allerdings.